Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zurück zur Mathematik. Heute endlich, muss man sagen, mit den vollständigen Körpern. Denn vollständige Körper definieren uns jetzt wirklich die reellen Zahlen. Und damit sind sie was ganz Besonderes, denn davon gibt es nicht allzu viele. Ja, ein vollständiger Körper ist im Endeffekt das, was ein angeordneter Körper ist. Ich habe das hier mal veranschaulicht und habe gesagt, hey, schau mal, das ist auf jeden Fall ein angeordneter Körper, aber er hat noch eine weitere Eigenschaft. Und für die brauchen wir gleich irgendwie 12 Definitionen. Deswegen macht euch ein bisschen auf den Ritt gefasst. Und übrigens, das unterscheidet auch die vollständigen Körper, sprich die reellen Zahlen, von den rationalen Zahlen. Denn Q ist an sich auch eine Menge von rationalen, also die Menge der rationalen Zahlen ist im Endeffekt auch ein angeordneter Körper, aber eben kein vollständiger Körper. Und hier müssten wir dann noch einen Beweis liefern, das ist allerdings ein Mammutprojekt, deswegen spare ich mir das an der Stelle. Heute geht es eben, wie gesagt, um die vollständigen Körper. Die haben, wie gesagt, noch das Vollständigkeits-Axiom. Und das Vollständigkeits-Axiom besagt, jede nicht leere, nach oben beziehungsweise unten beschränkte Menge A, die Teilmenge ist von unserer Menge K, die den Körper definiert, hat ein Supremum oder Infimum in K. Hm, das ist weird. Was ist denn eigentlich eine beschränkte Menge? Und was ist eigentlich ein Infimum oder ein Supremum? Hatten wir alles noch gar nicht und deswegen geht es heute um diese Dinger und übrigens auch um das Maximum und das Minimum. Die hängen da so ein kleines bisschen mit zusammen. So, also was heißt das genau? Naja, wir sagen erstmal, was ist denn eigentlich nach oben beziehungsweise nach unten beschränkt? Das bedeutet, wir haben eine Schranke, eine obere Schranke oder eine untere Schranke. No shit, Sherlock. Aber, was besonders ist, also wie die offizielle Definition aussieht, ist folgendes. Es gibt ein Groß-M, weil es eben die obere Schranke ist und ein Klein-M, weil es eben die untere Schranke ist, das im Körper liegt. Nicht unbedingt in A, sondern auf jeden Fall in K. M liegt im Körper, kann aber natürlich auch in A liegen grundsätzlich, mit einer Eigenschaft. Und zwar, dass jedes Element in meiner Menge A, in meiner Teilmenge A, ein eben kleiner oder gleich groß ist zu diesem M. Also zu diesem großen M. Dann haben wir eine obere Schranke, beziehungsweise wenn diese Schranke eben kleiner oder gleich groß ist für dieses X. Und das gilt für jedes X in A, dann haben wir eine untere Schranke. Okay, ich mache mal kurz, oder ich male euch mal kurz ein Beispiel, ja. Nehmen wir an, wir haben eine Menge, da ist 1, 2, 3 drin. So, das ist eine Teilmenge. Und wir haben eine Gesamtmenge, wo noch 4, 5 und 6 drin sind. So, jetzt können wir uns überlegen, was sind denn hier eigentlich alles meine Schranken? Ich darf nämlich mehrere haben, da steht nicht, dass ich nur eine haben darf. In diesem Fall haben wir 4 Schranken, 4 obere Schranken. Oh, ich mache mal noch eine vielleicht für unten, 0 und minus 1 sind hier auch noch drin, ja. Das sind alles einzelne Elemente, es tut mir leid, das ist ein bisschen krakelig. So, wenn wir jetzt hier unsere Teilmenge haben, 1, 2, 3 ist da drin, dann ist schon 3 eine obere Schranke. Denn jedes Element in dieser Teilmenge hier drin, also 1, 2, 3, sind kleiner oder gleich groß dieser oberen Schranke. Das bedeutet, 1 ist kleiner als die obere Schranke, also 3. 2 ist kleiner als 3, 3 ist gleich 3, damit ist 3 eine obere Schranke. 4, 5 und 6 sind aber auch obere Schranken, weil eben jedes Element in A, also 1, 2 und 3, sind kleiner als 4, beziehungsweise als 5 oder als 6. Wir haben also 4 obere Schranken, also 3, 4, 5 und 6. So, untere Schranken haben wir 3 Stück, nämlich 1, denn jedes Element in A ist kleiner oder gleich 1, äh, größer oder gleich 1. Und genauso sieht das eben mit 0 und minus 1 aus, da ist es nur halt eben das Kleine. So, dementsprechend haben wir hier mehrere Schranken. Und weil wir eigentlich meistens nur an einer Schranke interessiert sind, haben wir uns überlegt, okay, Mensch, lass doch mal hier eine andere Art Schranke definieren. Und zwar das Supremum, beziehungsweise Infimum von A. So, man schreibt das ganze Ding Sub, beziehungsweise Inf von A. Und im Endeffekt ist das genauso eine Schranke, ja. M ist eine obere Schranke von A, das heißt hier 1, 2, 3, ja, 3 ist eine obere Schranke, 4, 5 und 6 eine obere Schranke, cool. Das heißt, M kommen alle in Betracht, diese vier Dinger hier. Und klein M für die unteren Schranken, 0, minus 1 und 1 kommen alle in Betracht. So, und jetzt müssen wir aber noch dazu sagen, es gibt, und das ist die zweite Eigenschaft, also einmal haben wir hier eine Schranke, und die zweite Eigenschaft ist, es ist quasi die Schranke, die am nächsten einschränkt oder am meisten einschränkt, ja. Wenn ich jetzt 6 als Schranke auswähle, als Supremum auswählen würde, dann habe ich durchaus noch andere, kleinere Schranken als diese 6. Das heißt, ich bin nicht so minimal oder nah genug an dieser Teilmenge A dran, wie ich nur irgendwie sein kann, ja. Weil 4, 5 sind ja schon näher dran als 6. Das heißt, 4 und 5 sind bessere Supremums als, ähm, als eben meine 6, weil sie näher an der größten, am größten Element in meiner Teilmenge A dran sind. Ja, aber ich kann ja noch einen Schritt näher dran gehen. Wenn ich 1, 2 und 3 in meiner Menge habe, dann habe ich ja, 3 ist auch eine gültige Schranke, weil 3 ist kleiner gleich alle Elemente, äh, größer gleich alle Elemente. Größer gleich 1, größer gleich 2, größer gleich 3. Dementsprechend ist auch 3 eine obere Schranke, aber es gibt auch hier keine kleineren Schranken als diese 3. Ich kann quasi nicht näher an meine Menge rankommen. Ich kann sie nicht mehr einschränken. Und das ist eben genau dieser, äh, diese kleine Feinheit hier. Wir können mit der 3 unsere Menge maximal einschränken und dementsprechend ist 3 mein Supremum hier. Und in dem Fall liegt auch 3 innerhalb der Menge A. Ja, das muss aber nicht sein, das steht hier nirgends. 3 muss nicht in meiner Menge liegen, sondern 3 darf in meiner Menge liegen, kann aber auch außerhalb liegen. Wir dürfen hier uns ein Supremum oder Infimum auch aus der umgebenden Menge raussuchen. Passiert nur, waren es nicht selten, wie wir gleich sehen werden. So, und wenn wir uns jetzt das Ganze mit dem Infimum anschauen, dann haben wir eben 1, minus 1 und 0 sind gültige, äh, untere Schranken. Aber natürlich brauchen wir die größte untere Schranke für die ganze Teilmenge A. Und dementsprechend haben wir auch hier wieder die 1 als Infimum gewählt. Es ist sozusagen das kleinste Element in meiner Menge und dementsprechend gilt diese Ungleichung hier für mein kleinstes Element in meiner Menge. Und die anderen beiden, naja, die geben mir mehr Freiraum, dementsprechend will ich die nicht. So, und darauf basierend kommt jetzt die Definition vom Maximum oder Minimum her. Und im Endeffekt sagen wir hier, wir haben ein Maximum von A, wenn das Supremum innerhalb meiner Menge liegt. Also wir beschreiben, M ist ein Supremum von A und mein Element M liegt in meiner Teilmenge A. Es liegt nicht mehr im, also es liegt auch noch im Körper, aber es liegt nicht mehr nur im Körper, sondern auch in meiner Teilmenge. Dementsprechend ist 3 nicht nur ein Supremum, sondern direkt ein Maximum. Maximum ist sozusagen die härteste Definition, die man für so ein Supremum haben kann. Denn dann sagen wir nicht nur, es ist ein Supremum, sprich es ist die am meisten einschränkende obere Schranke, sondern es muss gleichzeitig noch in meiner Menge liegen. Und damit, Maximum ist relativ einfach zu überlegen, was das ist. Es ist einfach das größte Element. So, beim Minimum genau dasselbe. Wir haben ein Infimum und dieses Infimum liegt in meiner Menge A drin, also in meiner Teilmenge drin. So, und jetzt kommt dieses Vollständigkeitsaxiom rein, also zu. Und jetzt können wir uns das Vollständigkeitsaxiom nochmal genauer angucken, denn das besagt im Endeffekt, Sekunde, so. Wir haben für jede einzelne beschränkte Teilmenge, egal ob nach oben oder unten, also wenn sie nach oben beschränkt ist, haben wir ein Supremum, wenn sie nach unten beschränkt ist, haben wir ein Infimum in K. Es heißt nicht unbedingt, dass wir ein Maximum brauchen, aber wir haben auf jeden Fall ein Supremum oder ein Infimum. Und das ist was Besonderes, denn das haben nur die reellen Zahlen tatsächlich, also zumindest bislang, nein, es haben nicht nur die reellen Zahlen, aber jetzt die reellen Zahlen haben es und die rationalen Zahlen haben es nicht. So, das ist das, was ich meinte damit, es tut mir leid. So, warum haben die rationalen Zahlen dieses Vollständigkeitsaxiom nicht erfüllt? Nun, schaut euch dazu am besten mal die folgende Menge an, über den rationalen Zahlen, also sei ein Q in den rationalen Zahlen, Q, ich mache jetzt hier einfach mal so, so, Q, und zwar für dieses Q soll gelten, dass Q Quadrat kleiner ist als 2. So, und ja, jetzt, was ist mein Supremum in, also das ist die Teilmenge A, ja, diese beschränkte Teilmenge, die ist ja beschränkt, so hier, und die ist gleichzeitig auch eine echte Teilmenge von unserem Körper, von den Q oder von den Zahlen Q, von den rationalen Zahlen, und hier haben wir quasi definiert, okay, Q Quadrat soll bitte kleiner als 2 sein. Und jetzt nehmen wir uns einfach da ein Gegenbeiz, also das ist nur ein Beispiel für eine, so eine Menge, die eben kein Supremum hat, ja, also zumindest nicht in den rationalen Zahlen, und das sehen wir hier nämlich, wenn wir uns da das Supremum raussuchen, dann ist nämlich das Supremum Wurzel 2. Das wäre mein Sub, ja, und das ist leider keine rationale Zahl, wie wir schon mal gezeigt haben, und dementsprechend ist dieses Supremum nicht im Körper, sprich, es ist nicht in meinen rationalen Zahlen Q drin. Und dementsprechend ist Q nicht vollständig, und die reellen Zahlen sind vollständig, und das ist das, was sie besonders macht. So, das war jetzt ein bisschen viel, jetzt haben wir aber die reellen Zahlen soweit definiert, und ich glaube, wir können uns da noch ein paar andere Beispiele raussuchen, die wir dann irgendwann später ergänzen, aber ich warte jetzt erstmal auf euer Feedback, und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.